Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zu diesem Ausblick. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollen uns diesmal um Forschungsbaumschiffe kümmern und eben auch um Testschiffe. Aber wir wollen zuerst mit den pan-europäischen Zerstörern anfangen. Da verändert sich nämlich ein bisschen was. Wir haben sie ja alle schon im Vorabzugang mit Update 092 bekommen. Und ja, sie haben jetzt hier folgenden Text veröffentlicht. Ich will es jetzt mal wortwörtlich vorlesen. Die Basistorpedomodule der Forschungsbaum-EU-Zerstörer der Stufe 5 bis 9 werden zu erforschbaren werden. Die neuen Parameter der Basistorpedomodule für jedes Schiff werden denen des forschbaren Torpedomoduls des Zerstörers der vorigen Stufe entsprechen. Bedeutet ganz einfach, das Modul, was ich jetzt hier schon freigeschaltet habe, wird zum erforschbaren Rutsch quasi hier runter auf den B rum, wenn man dazu sagen möchte. Oder in diese Position zumindest. Und das Torpedomodul, also der Slot hier wird mit Torpedomodulen der Stufe 5 ersetzt. Nämlich mit dem erforschbaren der Wispi. Auch die Wispi wird ja ein neues Basismodul bekommen, nämlich das der Stufe 4. Was da wiederum der erforschbare Modul war. Also es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Am Ende ist das Modul, was ich jetzt hier als erforschbar habe, bei der Westeros, das Basismodul und das, was ich jetzt hier schon erforscht habe, wird dann zum Forschungsmodul. Also so, dass ich das nochmal zusätzlich erforschen kann mit EP. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich rübergekommen. Ihr verliert am Ende nichts. Ihr müsst halt nur eine Stufe mehr forschen, wenn ihr die besseren Torpedos haben wollt. Weil die Torpedos hier wirklich die besondere Waffe bei den pan-europäischen Zerstörern sind. Und dann geht es schon weiter mit Änderungen bei den bestehenden Premium- und Forschungsbaumschiffen. Wir haben hier die Aurora im Hafen. Da bekommen wir mehr Turmdrehzeit. Also besser gesagt mehr Turmdrehgeschwindigkeit. Wir benötigen weniger Zeit in Zukunft. Aktuell ist die Turmdrehgeschwindigkeit 5,1 Grad pro Sekunde. In Zukunft werden es 5,3 Grad werden. Weiter geht es mit unserer Valkyrie, der Stufe 3 britischer Zerstörer. Da wird die Nachladezeit der Hauptgeschütze um 0,2 Sekunden verlängert von 5,2 auf 5,4 und die Ladezeit der Torpedowerfer von 43 auf 45 Sekunden. Da wollte ich ein Komma dazwischen schummeln. Das stimmt natürlich nicht. Ihr seht es ja auch eingeblendet. Weiter geht es dann schon mit der Orion Schlachtschiff der britischen Royal Navy Stufe 4. Hier wird die Reichweite der Hauptbatterie von 14,7 auf eben 14,4 verändert. Hier ist schon das Basismodul gemeint. Also man kann da sicherlich dann wieder wie gewohnt auch weiter ausbauen. Also da wird sich halt ein bisschen was in der Reichweite verändern. Und wir kommen zur Hawkins. Auch da gibt es diverse Veränderungen hier. Und zwar zum Beispiel bei der Nachladezeit der Hauptbatterie. Die wird nämlich reduziert von 14 auf 13,5 Sekunden. Die Schusswinkel der Geschütztürme werden verändert. Der erste Turm, da wird quasi der Winkel um 32 Grad verändert und der des zweiten Turms um 2 Grad. Ja. Dritte und vierte Turm bekommt 5 Grad dazu und der sechste Turm sogar wieder 36 Grad. Also es geht hier hauptsächlich darum, dass die Türme sich halt weiter rumdrehen und seine ganzen Geschichten. Und da, ja, da war nämlich noch Verbesserungspotenzial bei der Hawkins. Und als nächstes haben wir wieder ein Premium-Schiff, nämlich die Atlanta auf Stufe 7. Auch schon ein Schiffchen, was schon länger im Spiel ist. Hier wird ganz einfach nur die Nachleihzeit der Hauptbatterie reduziert. Und zwar von 4,9 auf 4,8 Sekunden. Und wir hatten da schon mal vor einiger Zeit, also ich glaube, so zwei, drei Buffs und Nerfs folgend ist da her. Da gab es bei der Atlanta schon mal eine Verbesserung in dem Sinne. Und ja, jetzt hat es eben die Atlanta wieder getroffen und wir sind halt wieder eine zehntel Sekunde schneller. Müslung ernährt jeder Eichhörnchen. Und weiter geht es mit zwei britischen Zerstörern. Und zwar einmal die Jutland auf Stufe 9 und die Daring auf Stufe 10. Bei beiden Zerstörern wird die Nachleihzeit verändert. Bei der Jutland von 4,1 auf 4,2 Sekunden erhöht, also Nerf. Bei der Daring von 2,6 auf 2,7. Auch da ist es also ein Nerf. Bei der Nachleihzeit der Torpedorohre wird bei der Jutland mit zwei Sekunden raufgepackt und auch bei der Daring. Das ist identisch. Die haben dann beide 124 Sekunden Nachleihzeit für ihre Torpedowerfer. Weiter geht es mit der Hakurio T10, Flugzeugträger der Japaner. Und da wird der Raketenschaden weiter herabgesenkt. Wir hatten in dem letzten Buffs und Nerfs für Forschungsschiffe hatten wir eine Änderung auf 3.250 Trefferpunkte. Und jetzt gibt es mit dem nächsten Update schon wieder eine Veränderung um 100 Punkte, nämlich auf 3.150 Punkte. Außerdem wird die Wahrscheinlichkeit, hat die eine Rakete Feuer verursacht, von 15 auf 14 Prozent reduziert. Weiter geht es mit der Colbert. Französischer Kreuzer auf der Stufe 10. Gibt es ja aktuell für Forschungspunkte im Forschungsbaum. Wenn man halt diese Sachen ein paar Mal resettet, dann kann man diese Punkte einlösen und unter anderem dafür die Colbert freischalten. Und da gibt es einen ordentlichen Buff, wie ich persönlich finde. Die Nachleihzeit der Hauptbatterie wird reduziert, nämlich von 3,5 auf neu 3,4 Sekunden. Und dazu gibt es die Wiederherstellung der Trefferpunkte beim Verbrauchsmaterial Reparaturmannschaft. Aktuell werden 0,5 Prozent der Gesamttrefferpunkte des Schiffes angerechnet auf die Reparaturmannschaft, also mit wie viel Punkten sie eben pro Sekunde die Reparatur durchführt. In Zukunft wird das 0,66 sein. Das ist quasi die Reparaturmannschaft der amerikanischen Schlachtschiffe zum Beispiel, die ja so viele Trefferpunkte wiederherstellen können. Und das kann jetzt die Colbert in Zukunft auch. Und weiter geht's mit dem Schlachtschiff Kreml, auch der Stufe 10. Und wer die letzten Folgen Buff und Nerf geguckt hat, hat sicherlich mitbekommen, dass da die Kreml eigentlich immer wieder dabei war. Und auch diesmal ist es so, es wird weiter genervt, das Schiff. Und der kundliche Flaggschaden wird reduziert von 433 runter auf 412. Ja, das ist dieser Overall Damage, der hier mit 454 bei mir angegeben ist, logischerweise, weil ich es verändert habe. Und auch die Anzahl der Explosionen wird verändert. Das sind eigentlich eben 10, ja, zumindest ursprünglich. In Zukunft werden es 9 sein. Und der Schaden durch die Granatenexplosion wird auch reduziert. 1820 ist der Basiswert. In Zukunft wird es eben 1750 sein. Also auch da geht der Schaden weiter runter. Das Schlachtschiff ist einfach weiterhin zu effizient gegen Flugzeugträger. Es ist sehr statisch. Irgendwo muss eine gewisse Verletzlichkeit der Kreml hergestellt werden. Flugzeuge können es sein, wenn sie geschickt anfliegen. Und in Zukunft wird es einen ganz kleinen Ticken einfacher. Man muss das jetzt so sehen. Das sind eben Etappen, die sich hier Wargaming so nimmt. Zeige es einfach mal. Andere Schiffe werden eher gebufft, ja, weil sie sie vielleicht ein bisschen zu niedrig angesetzt haben nach dem Test. Und ja, die russischen Schlachtschiffe, ich meine, in der Community gibt es die Meinung auf jeden Fall, dass sie sehr, sehr stark sind. Vielleicht auch zu stark für manche, für manche auch nicht. Aber hier wird eher, sind sie vielleicht, ich sage mal, am oberen Ende des Mittelwertes angekommen. Und jetzt nähern sie sich eben der Mitte der Mitte an, sozusagen des sinnvollen Fensters vielleicht. Ja, vielleicht möchte man das so ausdrücken. Aber ja, auf jeden Fall werden hier weiter Änderungen vollzogen und die Kreml etwas abgeschwächt. Ja, und dann kommen wir zur York. Ein deutscher schwerer Kreuzer, kann man sagen. Oder ein deutscher Kreuzer. Ja, es gibt ja noch keine Unterteilung der Forschungsbäume. Aber hier gibt es auch eine Änderung und zwar bei der Bugbeplattung und der Achternbeplattung. Ja, und zwar ist es nicht nur bei der York so, sondern auch bei der Pensacola und bei der New Orleans, dass die Panzerung von 16 auf 25 Millimeter erhöht wird. Und davon werden diese Kreuzer auf ihrer Stufe, denke ich, relativ stark profitieren. Hintergrund ist ganz einfach. Auf diesen Stufen gibt es eben noch Schiffe mit einem Kaliber von 357 Millimeter. Ja, und 357 Millimeter overmatcht diese Panzerung mit 25 Millimeter dann nicht mehr, während 16 overmatcht wird. Overmatch, das ist eben diese Geschichte, dass die Panzerung ignoriert wird und die Granate da einfach durchfliegt, als ob die Panzerung gar nicht da wäre. Ja, so muss man das ausdrücken. Und das stärkt meiner Meinung nach die York, die New Orleans und die Pensacola relativ doll, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich freue mich dafür, dass eben dieses Schiffchen jetzt eine Aufwendung bekommt, beziehungsweise diese drei Schiffe. Und eine weitere Sache kann man hier noch mit anbringen, und zwar die Flugzeuge. Und zwar die Reichweite aller Flugzeuge wurde von 18 auf 17 Kilometer reduziert. Das ist das Merkmal, in welcher die Entfernung der Flugzeuge das Flugzeug in der Lage ist, den ersten Feind zu erkennen. Also Flugzeuge gucken in Zukunft nicht mehr 18, sondern nur noch 17 Kilometer. Ich bin mal gespannt, wie weit das noch runter geht, weil wir waren mal bei 20, jetzt sind wir bei 17. Also da wurde jetzt immer ein Kilometer runtergekommen. 19, 18, 17 und so weiter. Und in Zukunft würde es halt weiter weniger werden. Vermute ich jetzt einfach mal. Weil da ist jetzt langsam ein Muster drin zu erkennen, wie ich persönlich finde. Und dann kommen wir zu Sofetsky Soyuz, beziehungsweise zu dem neuen Bruder, der jetzt dann demnächst zum Testen im Spiel hinzugefügt wird. Und zwar die Saraya Swobody. Ja, ist am Ende eine Kopie der Sofetsky Soyuz mit leicht veränderten Einstellungen. Prinzipiell werden die Genauigkeitseinstellungen der Standardschiffe auf der Stufe 9 entsprechen, also nicht mehr diese russische Streuung. Ganz genau bis 12 Kilometer und darüber hinaus wird die Streuung immer größer und immer größer. Dazu werden die Verteidigungsparameter, also für die Flak, eben den Werten entsprechend des A-Rumpfs der Sofetsky Soyuz. Aber die Trefferpunkte und die Manövrierbarkeit wird dem B-Rumpf der Sofetsky Soyuz quasi entsprechen. Und das alles wird auf einem neuen Schiff zusammengeführt. Dazu kommt noch, dass die Artillerie einen höheren Sigma-Wert bekommt, also statt 1,7 eben 1,9. Und dann müssen wir einfach mal gucken, wie sich dieses Schiff anfühlt, was aus diesem Schiff werden soll, ob es einfach nur was zum Testen ist, um eventuell die russischen Schlachtschiffe ein bisschen umzubauen oder weil man daraus vielleicht ein Prämischschiff entwickeln möchte oder weil man was ganz anderes machen möchte, was wir jetzt noch gar nicht wissen oder gar nicht daran denken können. Müssen wir uns einfach mal überraschen lassen. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass World of Warships uns darüber informiert, dass sie da durchaus auch im Hintergrund ein paar Sachen ausprobieren und sich ein paar Gedanken zum Spiel machen. Und dann kommen wir zum Schluss dieser Ausblickfolge und zwar mit dem Schlachtschiff Asama. Ich habe jetzt hier die Amagi im Hafen stehen, liegt ganz einfach da dran, weil die Asama am Ende eine andere Version der Amagi werden könnte. Und hier wird der Sigma-Parameter von 1,8 auf 1,9 erhöht, also bei der Asama natürlich. Und die Nachleihzeit dafür genervt und zwar von 30 auf 33 Sekunden. Man will daran arbeiten, einen Unterschied zur Amagi zu generieren. Und ja, es soll eben was Besonderes sein. Wie genau das kommt, wissen wir alles nicht. Und ob es vielleicht doch nur eine Testversion bleibt und überhaupt, ob da ein neues Schiff entwickelt wird, was später dann irgendwie zu spielen sein wird für uns alle, ist aktuell überhaupt nicht klar. Das müssen wir dann einfach mal schauen. Auf jeden Fall wird hier, so ein bisschen erinnert mich das an die Isumo und die Baji. Da wird auch die nach der Zeit verlängert und die Genauigkeit erhöht. Schauen wir mal. Mal gucken, wie sich das hier dann so bewahrheitet. Jetzt kann ich nur noch sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr die ganze Zeit dabei gewesen seid. Ich hoffe, wir konnten euch wieder so ein paar Informationen liefern, die ihr vorher noch nicht hattet. Wenn dem so ist, Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen, Glocke drücken. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Livestream hier auf dem YouTube-Kanal wieder. Bis dahin, danke, sagt das Ziegrautsteam und Andi. Haut rein, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.